Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge von God of War Ragnarok. Wir haben letzte Folge ein paar Kämpfe gehabt. Tut immer noch ein bisschen weh, den nicht für das Try geschafft zu haben, weil der erste Try eigentlich der beste war. Naja, egal. Wir reden jetzt und versuchen die Welten zu vereinen, um gegen Odin zu kämpfen. Warum nicht? Die haben alle Angst. Haben Sie den Tod? Wenn du bei ihr wärst, dann seid ihr zusammen. Wir sind zusammen. Ich hab ihr Herz. Sie hat meins. Es ist nicht viel, aber es reicht. Aber du bist nicht... Warst du schon mal verliebt? Das ist ziemlich schön. Dann wird Odin siegen. Und alle Welten außer Asgard werden fallen. Ja, er muss sterben. Das stimmt. Doch ich werde sie ebenso wenig opfern, wie du ihn. Tut mir leid. Komm. Warte. Die Klingen. Kann ich sie sehen? Hm. Ja, da drin steckt urzeitliches Feuer. Sie sind nicht aus diesen Lampen. Das macht nichts. Was macht der? Ja. Könnte gehen. Was denn? Stoßt die hier rein. Hä? Und ich werde euer Monster. Aber wir werden sie daraus halten. Aber die Prophezeiung sagt, ihr müsst euch vereinen. Bist du sicher? Bist du sicher? Was habe ich zu verlieren? Nicht hier. Hm? Hm? Folgt mir. Ah. Da. Wo gehen wir hin? Zum Weltenfunken. Der Weltenfunken. Der Ort, wo Nivelheim und Muskelkirchen voneinander treffen. An dem die ersten Welten... Das ist schon grad so richtig ne Phase. Ich will nicht aufhören. So ist es... Ich werde doch jetzt nicht aufhören. Hm? Hm? Das... Kann ich auch. Äh... Sute? Ich bin's noch. Besser als laufen. Ha. Was erwartet uns an diesem Weltenfunken? Magie. Protagonistigen. Damit... und mit deinen Klingen und meinem Herz... Gut. Hier kann man irgendwann mal Wasser kunden vielleicht, oder? Ich werde groß... Dinge zahmen. Wird dir gefallen. Aber was passiert, wenn du dich veränderst? Keine Ahnung. Ich werde nicht mehr ich sein. Aber willst du... oder... das künftige Du... wissen, wann Asgard angegriffen wird? Ihr habt das Horn. Ja? Ja? Dann ist alles gut. Okay. Okay. Es liegt am Horn. Müssen wir... Ragnarök einleiten... und gleichzeitig somit auch den Krieg, oder? Hm. Also... Äh... Und das ist noch dieselbe Welt. Der Weltenfunken. Der Weltenfunken. Wow. Das ist... wunderschön. Wir sind schon noch auf derselben Welt. Das ist viel zu einfach. Odin weiß, dass wir das Jatlar Horn haben. Er weiß, dass du die Maske hast. Nachdem Brock tot ist, denk dir, dass wir Sutter suchen, um den Krieg loszubrechen. Welche andere Wahl haben wir denn? Keine. Das weiß er auch. Ja, wenn Odin alles weiß. Ja, was machen wir am besten? Da sind wir. Was ist mit Shin Mada? Sollen wir es ihnen nicht sagen? Nein. Das täte ihr zu sehr weh. Mehr als nicht zu wissen, was mit dir ist? Jemanden zu lieben... Heißt manchmal... Den kleineren Schmerz zu wählen. War das auch so wieder eine Boss-Location, ne? Das hat keinen Sinn. Versprecht, dass ihr sie in Ruhe lasst. Versprochen. Wir werden kämpfen müssen, oder? Reicht es dich mit den Klingen zu stechen, um deine neue Sicht zu erschaffen? Shin Maras Herz ist kalt. So wundervoll kalt. Das hat so eine Fight-Location. Wenn genug von mir und dem Feuer des Funken in genug von ihr übergehen, sollte es klappen. Gut. Na. Komm her. Ja. Weiß nicht. Ich finde jetzt mittlerweile alles hier ein bisschen suspicious. Ich bin nicht mehr beheblich. Ich werde hier ein bisschen weiter machen. Ich bin nicht mehr beheblich. Ich bin nicht mehr... Ich bin leidiger. Ich bin dann nicht besser. Neum. In den Hüften. Versuchen. Tue es, Kratos. Das wird wehtun. Und jetzt, zum schmerzhaften Teil. Ja, jetzt erst okay. Und dann? Mein Feuer, Ihr Herz. Zusammen. Ergeben Sie Wagner rück. Es ist Zeit. Was meinst du? Riss und Mist. So ein Mist. Hä? Okay. Okay, ja, ich komm gar nicht weg. Ich komm gar nicht weg. Boah, ist das ein guter Start. Ähm, wir hatten letzte Folge erst. Zwei Bosskämpfe. Zweieinhalb. Drei. Ähm. Wird Zeit für den nächsten. Na, Freunde. Die ersten Hits gegen Riss. Das tut weh. Das tut auch weh. Ja, ich glaub sie jetzt, ob sie zu viel Hits. Der Move ist übel. Boah. Das kann ja nicht sein. Alter Scheiße. Wie soll ich denn den Kampf schaffen, wenn ich nicht mal 10 Sekunden überlebe? Okay. Auf ein neues. Hör auf zu drehen. Hör auf zu drehen. Hör auf zu drehen. Hör auf zu drehen. Mag dein Drehen nicht. Ja, aber wie sie beide fliegen gleichzeitig. Fertig. Fack. Boah. Habe ich nicht kommen sehen. Egal. Fack. Ich komm nicht klar. Fack. Ich komm nicht klar. Geh los. Die Mist. Oh nein, das war's. Ja, zweiwaltkirn ist schon so ne Sache. Gut. Next. Ja, ich lass mich direkt treffen. Okay, wer zuerst? So, jetzt was hier trist. Jetzt geh ich wieder weg. Aua. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich geh weg. Zack. Zack. Bam. Oh, das war gefährlich. Das war eine rote. Oh, das war eine rote. dass wir uns einfach weiter drauf bauen wir drängen die irgendwo eine andere ok riss kassiert gut das war glück die machen halt beide ihre muss man zwei schwierigste schwierigkeit ich sag's noch mal immer als ausrede nein der kommt kann ich gleich neu starten bitte nein schick mal welche ist sie gerade weg da war die eine ist gekommen perfektes timing war dieser tag ist nevig Ok 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 Oh das war eng Ja direkt rein, direkt rein, nice Ich dachte ich komm noch vorbei Das ist von Anfang an leider ein schlechter Try Aber ich geb mein Bestes Ja ich pass hier halt direkt den Hit So Heke komm 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 Weg 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 Huaaah Sie ist fast down, die Erste. Komm, jetzt krieg ich sie. Noch nicht. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist jetzt nicht wahr. Okay. Ja, es ist ja... Das ist nicht wahr. Ja, warte, jetzt, Ladies, ne? Ich... Kommt mal her. Da kommen Sachen, die haben neue Mus. Ähm, Blocken? Weißt du noch? Blocken? Weißt du noch? Weißt du noch, da kam ein Stein. Ich weiß, du meinst, es ist davor, aber da kam trotzdem Stein. Du hast mich komplett irritiert, du bist schuld. Aber ich habe jetzt ein Checkpoint, oder? Das sieht mir auch ein Checkpoint aus. Und die haben jetzt neue... Das war geplant, damit ich jetzt meine Mus wieder habe. Tschüss. Und wer, und wer, und wer, ja. Ja, mein Gott, ich war doch auch gerade am Special-Movie-Sieren. Aber egal, wir haben ja noch Zeit, ne? Wir haben ja noch Zeit, wir haben ja noch Zeit. So, fangen wir mit dem Hit an. Ich komme. Ich komme. Zack. Fuck. Okay. Nein, sie kommt wieder, sie kommt wieder. zack, 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 zack wach sie muh, wah, ja dieser flügelschlag ist so schwer abzuhören du arsch und jetzt war ein paar hits, Atrios kann Welfe schicken die macht die, zack, 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 zack Stein wer von euch greift an, ha ich kann auch auf kommt nicht, hab ich sind beide down das kann nicht sein, ihr wollt mir jetzt ernsthaft noch eine dritte Stufe geben hey, das kann ja nicht sein da ist ein Stein, das mag ich nicht boah, die machen Peck, die muss oh, alter, ich werd so obs genommen aber ich hab jetzt wieder ein Checkpoint, oder? ich hab jetzt wieder ein Checkpoint Junge, was ist das für ein Kampf? was ist das für ein Kampf? ja, ich hab ein Checkpoint bin weg jetzt kommt es auf der anderen Seite wieder stopp ja ok ok ist das sau fies von den beiden zack ok sie haben mich nicht getroffen jetzt einmal zwei die hier eis, 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 eis hallo hinten oh Gott brechen ich bin weg ich bin weg ok Atreus, wir kriegen das hin die ist fast down, die ist fast down die ist fast down oh ne ok ja, jetzt haben wir sie bei bei kürn sind schon krank oh und jetzt Rache oh beide Rache hie bürren 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 holly steht und ich krieg nicht mal jetzt eine belohnung dafür doch da liegt was für den trauben hier schwer ja hier können wir jetzt nichts machen okay ich glaube matrius ich komme was war es wieder für ein kampf okay hast du gehört wir müssten ihn bloß mit dem gerdleihorn rufen wenn wir bereit sind okay gehen wir zurück nach musbelheim ragnarök ist bereits das mystische tor bin ich bereit das ende naht das ende naht es hat geklappt ich kann es nicht glauben wir haben ragnarök auf unserer seite funktioniert ja aber es ist ja alles so ja odin weiß zu viel ich glaube der checkt noch alles irgendwie auftauchen und ragnarök wird kommen und alles zerstören urin wird keine chance haben wir werden gewinnen grohr hatte recht nach atrios doch nicht voraus was wir im gegenzug opfern würden vielleicht konnte sie nur die großen dinge sehen okay können wir jetzt einfach zurückgehen oder kommt jetzt noch ein bosskampf so ich habe gar nichts gesagt wir müssen hier weg wir müssen hier weg das erdbeben hat offenbar einen vorsprung geschaffen ja klar jetzt hat er noch so ein ding geschickt wir tun mal wieder ein bisschen mit chaos klingen kämpfen ich sehe es gerade ja danke atrios das war glücklich ausgewichen weil ich habe den nicht kommen sind eigentlich achten ich muss kurz ragen um es sonst zu riskant gerade ich treffe ich auch nur gerade jeden zweiten schlag nochmal oder dachte ich jetzt das war für die meise odin schickt da seine truppen die ganze zeit wahrscheinlich auch zu den anderen leuten gut gehen wir weiter bestien gebein oh mann 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 wir sind echt also du hast in vielen kriegen gekämpft nicht ich hoffe das wird auch ein richtiger krieg das soll nicht so ein bosskampf sein ich will dann echt einen krieg sehen und die kreatur ist kein garant für unseren sieg okay es geht noch weiter mann 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 ich glaube da kommen noch mal ein paar von denen da wartet schon wieder die nächste arena auf uns ein erdbeben das so weiter geht hier alles zusammen und kommt zeigt euch ja der kipps aber schnell boah hat der viel schaden gemacht habt ihr das gesehen ja jede seite hier mensch hat wird sich von wolf der wird einfach eine granate ich gehe jetzt durch hab mitkassiert noch mehr hitze noch mehr hitze noch mehr hitze boah 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 er denn gerade gemacht wie sehr den gerade ausgewichen ich weiß was er hat vor hat ja er müsste da und sein jawohl wird den heilstein snacken drei sind es noch wenn ich auf wenn ich auf abstand kämpfen kann dann mache ich das auch die kriegen wir boah okay okay weiter geht's vielleicht noch eine stufe ich weiß es nicht schön wärs würde ich dachte wir sind freunde okay einmal bumm machen dann hätten wir hier zum beispiel so eine truhe wäre eigentlich auch wichtig wir bräuchten einen idon apfel und dann haben wir mehr leben und ich weiß glaube wo alle drei sind ich sehe alle drei ja schwierig jetzt sehr schwierig verbinden ich hoffe das reicht es muss klappen ich sehe ich sehe ich sehe ich komme so nicht ran ist halt doof ich brauche es aber da komme ich nicht hin wie mache ich das am besten ich muss das entflammen kein treffer jetzt okay fehlt nur noch das eine können wir es von hier erreichen müssen erfasst das ist getroffen brennt es jetzt noch nicht ist doch sogar verbunden also ich muss es echt mit mir jetzt verbinden oder das reicht ja nicht ich würde es ja gern mit dem anderen verbinden hier mit dem da es geht nicht ich muss von hier ankommen indem ich das reicht das ist nicht verbunden wie schön wäre es wenn ich das aber so verbinden könnte na es scheitert jetzt echt am letzten und das verbinden hatte auch nichts gebracht wenn ich das mit dem verbinden ich muss einfach direkt drauf schießen okay gut ich wollte jetzt nicht gehen ohne kein lud mitzunehmen bitte nicht und ab das kann ich dann abflüge es wäre so wichtig gewesen ja ja wir gehen ich will ja auch schnell zu ort nein da ist wieder eine arena wir haben noch eine vor uns du bist ruhig ist immer ruhig aber ich hatte gehofft die tage der ständigen kämpfe wären vorbei ja ich hatte gehofft dass mein sohn nie in den krieg ziehen muss ja das ist ja so eins was auch hier heimler hatte ja ja dann wachsam alles gut als hier ist ich bin ein gott da kommt noch viel mehr na jungs so er hat mich noch getroffen einfach nicht getroffen so treffe ich ja alle ich habe ihn runter gehauen von dem pieg er geht wieder rauf ach der reiter heilt ihn ja ich bin da und noch mal weil wir machen in der nächsten folge weiter haut rein ich bin da ich bin da ich bin da